Ich begrüße heute in der Folge Super Mario 64 Ocarina of Time. Wir sind hier, ja, nach dem Bowser-Boss-Kampf und, ah, hier in den alten Bowser. Und jetzt haben wir ein kleines Problem, denn das Schloss zerstört sich selbst. Dadurch, dass der große schwarze Stern nicht halt bei Bowser jetzt ist und Bowser halt tot ist, äh, ja, wurde irgendwie die Selbstzerstörung eingeleitet und das Final-T-Bomben runter, die uns töten wollen. Und wir müssen denen so schnell wie möglich ausweichen und alles. Und ist kein, aber ist kein schönes Szenario auf jeden Fall. Ich bin so dumm. Ich weiß nicht, ob es hier ein Zeitlimit gibt. In OOT gab es jetzt hier immer in diesen Räumen keine Kämpfe. Ist hier auch so? Nur scheinbar nicht. Das heißt, in dem Held muss man einfach nur ganz schnell den Bomben ausweichen, scheinbar. Falsch Richtung. Gut, das können wir hinkriegen, würde ich sagen. Einfach nur schnell runter und den Bomben ausweichen. Das ist die Devise. Äh, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich will einfach nur schnell abkürzen und ich mach voll die Scheiße hier. Ha, bin voll nach unten gesprungen. Hab voll abgekürzt, scheinbar. Nice. So. Was geht hier ab? Kommen jetzt noch irgendwelche Gefahren oder sind jetzt neue Bob-Oms-Di-Gefahren? Ich meine, das ist recht so. Ich brauch nicht irgendwie tausend Gefahren um mich herum. Ah, hast du ja mal geschafft. Okay. Mal schauen, es helfen, um uns wieder zu... Bah! Um uns wieder zu heilen. Perfekt. Oh. Hi. Und wir bekommen mal einen Stern. Die ist ja wundervoll. 149. Jetzt sind wir wieder raus hier, oder was? Okay. Und jetzt ist die Frage, was müssen wir machen? Weil, Bosa hat auch gesagt, falls wir das Leben draus schaffen, wie wollen wir gegen sein jüngeres Selbst in der Vergangenheit ankommen? Und jetzt ist die Frage, wo ist sein jüngeres Selbst überhaupt? Ich denke mal, wir gehen einfach zu Peach. Ob die eine Idee hat, aber dann muss ich mich aber schon wieder über das Schloss schleichen, oder? Oh, nee. Wir gucken. Okay. Wir gucken einfach mal ins Schloss, würde ich sagen. Und so gucken, was da abgeht. Ja. Das klingt einfach in einem guten Plan. Ich bin gespannt. Also dafür müssen wir erstmal in die Vergangenheit wieder reisen. Wir haben ja ursprünglich die... Oh Gott, Hilfe. Großen Sterne gesammelt, dass wir halt gegen Bowser eine Chance haben. Und das war, glaube ich, irgendwie so, dass die Sterne nur in der Zukunft quasi... Also, dass das Siegel gebrochen war, dass wir die bekommen können. Oder war es nicht irgendwie so? Und jetzt haben wir alle acht großen Sterne, oder sind es acht? Ja, müssten sieben Tempel insgesamt gewesen sein, die uns eine Sterne gegeben haben. Und dann halt noch Bowser seiner. Und der hier, ob das dazu zählt, keine Ahnung. Jedenfalls die großen Sterne. So. Oh. Oh. Sagst du mal, wo ich beruflichen muss? Hallo. Peach has been waiting for you. Go, see ya quickly. Okay, alles klar. Also wirklich so Peach. Und da die Bob-Oms jetzt auch hier sind, denke ich mal, dass sie jetzt... Dass wir jetzt nicht mehr so ein Schloss schleichen müssen. Ich hoffe es zumindest. Das wäre zumindest sehr schön und vorteilhaft. Aber wenn ich das richtig sehe, haben wir am Ende 150 Sterne, oder? Das ist eine schöne Zahl, wenn wir Bowser eben besiegt haben. Oder gibt er keinen richtigen Stern? Da ist er auch schon. Eine Röhre. Okay. You've gotten all the grand stars. Fantastic. Das Pipe is connected to Bowser's Hideout. Wieso habt ihr die Röhre nicht schon vorher benutzt? Hallo? Ihr habt eine Röhre zu sein von Steck und denkt euch so, euer Bubba. Ich hätte ihn auch schon vorher besiegen können, wahrscheinlich. Okay, aber vorher... Safe, safe. So. Okay, mal gucken, was der Bowser aus der Vergangenheit drauf hat. You've saved me the time of hunting you down. Buahahaha. With this grand star, I am undefeatable. I'll show you its power. Okay, was... Oh, du bist größer. Ich würde gerade sagen, was ist denn der Power, aber er wird wieder größer. Das kennen wir schon, Bowser. Das ist ganz so langweilig. Und jetzt läufst du in der Lava rum. Cool. Hast du sonst nichts Besseres zu tun? Er spuckt Feuer, oder? Ja, das hat man schon gesehen. Und auch gehört an seinen Atemgeräuschen. Was soll ich tun? Oh. Okay, ich kann... Die Shale wahrscheinlich auf ihn zurückwerfen, oder? Ist das... Des... Äh... Rezelslösung. Ich bin jetzt gerade auf die draufgesprungen. Ja, da sind solche Shales im Kuba-Bosskampf. Und da habe ich mich von denen immer treffen lassen. Aber scheinbar muss ich auf die draufspringen, um ihn zurückzuwerfen. Deswegen machen wir das jetzt so. Ja. Wir müssen ja noch treffen. Das ist die Devise. Aber okay. Wir haben ein Ding. Alles klar. Wir haben einen Plan. Ja, ich weiß gar nicht mal, wie es in dem... Das war... Das hat mich nicht getroffen. Das sehe ich nicht ein. Das hat mich nicht getroffen. Das sehe ich nicht ein. Okay, ich mache keine Sankt mehr was Feuer. Gut. Ich weiß gar nicht mal, wie es in dem Kuba-Bosskampf gemacht hat. Aber scheinbar habe ich das falsch gemacht. Und deswegen... Äh, nicht. Jetzt sind ja Wolkenplattformmaschinen. Okay. Wieso das? Ah. Jetzt kann ich mich gegen ihn schießen, oder was? Oder was soll ich tun? Bam. Nice. Vielleicht auch 3.1 scheinbar. Okay. Interessanter Bosskampf. Da erscheinen plötzlich Wolken. Wieso auch immer. Aber okay. Hat wahrscheinlich Peach her gezaubert, oder so. Keine Ahnung. Und sie weiß... Oh mein Gott, mach ich was in Gefahr. Ich zauber ihm Wolken her. Ich meine, wir wissen es ja. Zauberkräfte. Aus Mario und die Janshauer Bowser zum Beispiel. Da hat sie... Zu Beginn des Spiels, soweit ich weiß, Bowser... Voll durch die Luft geschleudert. Okay. Wie soll ich... Nein. Hör auf. Wie soll ich dann... Ah. Mit der Metallkappe kann ich halt auch noch das Feuer drauf. Ich... Ich wollte doch keine Stanz darüber machen. Ich bin so dumm. Ja, ich bringe mich hier selbst um. Ich merke schon. Kann ich mal in der Metallkappe fliegen oder das Feuer drauf springen? Probier's mal, würde ich sagen. Ja, kann nicht. Guck mal. Nice. Und ich habe... Das habe ich auch nicht gemacht. Achso. Hä? Hat er die Druck geworfen? Oh, ist der Kampf nervig. Ich hasse meinen Stick. Ich habe nur nach oben gedrückt. Für die Metalldingens. Und er hat gleichzeitig scheinbar nach unten gemacht. Dass ich unsichtbar wurde. Und er hat das letzte Leben geopfert. Was ich gar nicht wollte. Toll. So. Dann machen wir hier. Zurückwerfen. Oder auch nicht. Doch. Er warf sie zurück. Quasi wie im Gunner-Boss-Kampf. Da musste man ja auch... ...seine Bälle zurückwerfen. Nein. Komm. Nein! Let's up! Hallo. Bist du das Proben oder so? Die Wolken verschwinden. Ich habe mal zu schnell. Aber ich hätte jetzt noch Zeit gehabt, auf ihn draufzuspringen. Oder mich auf ihn draufzuschießen. Wie auch immer. Okay. Da kam ich jetzt nicht schwer. Da muss man nur ein bisschen aufpassen. Gibt es hier keine Heilmöglichkeit oder so? Achso. Ach. Bin ich dumm. Ich habe die vorher verschossen. Und was machen wir, wenn die Magie aus ist? Dann gibt es wahrscheinlich noch eine andere Möglichkeit für die Shell oder was. Oder bekommt man eine Magie oder so? Ich bin zufrieden für die Kamera. Der ist auch voll falsch gewesen. Oh. Ist der Kampf nervig. Ich will nicht so einen nervigen Kampf machen. Ich will ein schönes Abschlussdingens haben. Er ist halt nicht schwer, sondern bloß nervig. Und das trifft auch viele Dinge im Spiel zu. Um schon ein bisschen was mit meinem Fazit vorweg zu greifen. Ich bin so blöd, richtig zu kicken. Was ist denn los mit mir? Mann. Ist das ein... Äh. Was machst du denn? Pass auf. Wieso musst du mal zweimal Feuer machen? Was ist denn falsch? So, jetzt stelle ich mich genau im Front auf him und kicke die zurück. So. Und er schießt sie auch zurück. Genau so. Bam. Und hier sind die wundervollen Wolkenplattformen. Was tust du? Yes. Nein. Geh rein. Geh rein. Geh rein. Alles ist gut. So. Und der zweite Treffer sollte damit gewährleistet sein. Wo ist er? Da ist er. Bombs. Okay, alles klar. Noch einer wahrscheinlich. Man kennt ja die drei Bossertreffer. Aber allgemein immer drei Bossertreffer in vielen Spielen. Ich hoffe es zumindest. Weil ich habe keinen Bock, das noch länger zu machen. Oder Scheiß. Nein. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich habe mich verworren lassen. Ich habe mich verworren lassen. Ich dachte mir gerade schon so. Der Myaparther war relativ kurz. Wenn ich den Kampf erst gleich schaffe. Und was mache ich? Ha. Ich habe mich vor allem verworren lassen. Von einem dummen Streiter irgendwie. Oh. Ich streite den Kampf nochmal raus. Das will sich doch keiner antun. Mich den Kampf nochmal machen. Oder ganz ehrlich. So. Treffer Nummer zwei wird jetzt eingeleitet. Bam. Gut. Und ich wurde ohrwunder noch nicht getroffen. Weil es halt eigentlich echt nicht schwer ist dem Feuer auszuweichen. Und ich freue mich einfach nur durch Dummheit treffen lassen habe. Mehrmals. Zweimal war ich irgendwie cool stylen wollte. Beim dritten Mal war ich einfach mich voll verworren lassen habe irgendwie. Weil ich dachte jetzt schießt der irgendwie anders. Aber macht der nicht. Okay. Die gleiche Scheiße schon mal wieder. Meine Trägen. Ist mir recht. Da muss ich wenigstens nicht so viel Arbeit. Macht nochmal. Cool. Reinstecken. Und. Geschafft. So. Die Wolken sporen manchmal echt ziemlich eklig. So zum Beispiel. Aber. Das könnte jetzt der finale Treffer sein. Ich hoffe es so sehr. Komm. Stopp. Pisser. War es das wirklich nicht? Komm. Das ist echt nur eine Runde. Okay. Lass dir nicht ein. Da mache ich ein Safe State. Ich habe nicht kein Wort mehr die ganzen Phasen nochmal zu spielen. Das sehe ich nicht ein. So. Das sehe ich nicht ein. Falls ich jetzt nochmal sterben sollte oder so. Das sehe ich nicht ein. Komm. Das macht eine coole. Kuba-Schen-Nummer nochmal. Dann brauche ich wahrscheinlich fünf Treffer oder? Ich habe eigentlich nur. Okay. Das ging ins Leere Pool. Oh Gott ey. Es ist so repetitiv irgendwie. Ich habe immer das gleiche zu machen hier. Immer noch ein Feuer ausweichen. Dann die Shell zurückboxen. Dann ein Feuer ausweichen. Ich habe nur Metallmache aktiviert. Liebes. Lieber Joy-Con. Äh Joystick Joy-Con. Wir sind ja auf der Switch hier. So. Ich wollte gerade sagen. Wie oft willst du noch betroffen werden, mein Freund? Oder wie oft willst du noch zurückschlagen? So. Nein. Das ist ja so eine unfaire Position. Das kann ich dagegen machen. Das ist doch unfair. Da kann ich mir nichts dagegen machen, wenn wir die Wolken sporen. Es ist so eine Scheiße. Jetzt muss ich nur warten. Und kann die ganze Karte nochmal machen. Dankeschön. Echt guter Bosskampf. Ich meine, die Idee ist wieder unfassbar cool, finde ich. Es ist so eine coole Idee. Bloß an der Umsetzung scheitert es eben. Wieso muss denn die Kanone unbedingt oben spawnen? Wieso kann sie nicht einfach hier am Boden plötzlich erscheinen oder so? Wieso kann ich einfach in der Mitte ein Loch auftun, wo die Kanone drin ist? Wieso muss sie doch oben sein? Wieso muss ich da hochspringen? Es wäre so viel einfacher gegangen. Aber nein. Ich bin Case. Und ich muss wieder irgendwas extravagant, was cooles machen. Und das ist dann irgendwann einfach nur nervig. Und ja. Verfehlt dadurch dann Sinn. Ich habe jetzt mal ein Safestack gemacht, weil ich es absolut nicht mal einsehe, das normal zu spielen. Weil es einfach nur immer das gleiche ist und nervig ist. Aber okay. Ich habe es jetzt nicht geschafft. Sehr schön. Bitte sei jetzt der Finale-Treffer-Border. Bitte. 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 Dankeschön. Meine Güte. Es war ein cooler Bosskampf. Keine Frage. Aber. Nimm ihn einfach mit. Hallo. Es war ein cooler Bosskampf. Keine Frage. Aber es war halt wirklich ein bisschen anstrengend gemacht. Aber okay. So. Was jetzt? Ich habe mich unsichtbar gemacht. Wo komme ich wieder raus? Also. Hi, Peach. You won. Hyrule is saved. Thank you, Mario. We'll celebrate at the castle later. Come join. Okay. Es geht vor der Party oder was? Thanks for playing. Made by Casey Manuel. Die Stimme. Das ist cool. Und sogar mit der Zelda-Musik. Okay. Jetzt haben wir im Prinzip Credits oder was? Kommt jetzt noch irgendwas? Oder? Keine Ahnung. Haben jedenfalls ein schönes Bild im Hintergrund. Und dazu kann ich jetzt mein Fazit geben. Ich weiß nicht, ob ich jetzt restarten muss oder so. Aber einfach dieses schöne Bild im Hintergrund laufen. Also die Idee des Hacks ist einfach großartig. Das ist wirklich unfassbar cool. SM64 crossover mit Zelda. Green of Time. Es war auch größtenteils ziemlich gut umgesetzt. Auf jeden Fall. Die Dungeons waren genial designt. Sehr schön angepasst an die SM64 Physik und die ganze Steuerung und so. Und tolle Rätsel damit designt, was in SM64 Hacking möglich ist. Aber manche Stellen waren halt wirklich einfach nur ein bisschen nervig und anstrengend zu spielen. Und das ist auch das, was eigentlich mein größter Kritikpunkt am Hack ist. Grafik ist alles schön umgesetzt, finde ich. Also die ganzen OOT-Welten sind sehr schön hier rein importiert, so gut wie es ihnen geht. Musik ist auch sehr schön umgesetzt für SM64. Ich weiß nicht, wie schwer das ist, den Soundtrack quasi zu machen. Keine Ahnung. Ja, wie gesagt. Die ganzen Ideen sind toll. Aber manche Sachen sind wirklich einfach nur ein bisschen nervig. Und hätten besser gemacht sein können. Aber es ist halt auch nur ein Hack. Es ist kein Spiel von Nintendo. Wenn die das machen würden, würden sie das bestimmt mit mehr Sorgfalt machen. Und dann könnten sie ja auch alles komplett neu programmieren. Und hätten nicht SM64 als Grundlage quasi, worauf sie das machen müssen. Weil man muss sich halt an so ein paar bestimmte Dinge halten, die SM64 so mit sich bringt. Aber, ja. Wirklich. Kann dieser Hack eigentlich. Ich weiß nicht, welche Wertung ich gebe. Also in dem originalen SM64 habe ich glaube ich eine 90 gegeben. Damals eine Projektliste. OOT würde ich wahrscheinlich so eine 96 geben oder so. Ich glaube der Hack hat so eine 89 umher verdient. Also ich würde jetzt es bevorzugen, OOT oder SM64 zu spielen. Auf jeden Fall. Aber, oder 85, ich weiß es nicht. Irgendwie sowas. In der 80er-Drehe auf jeden Fall. Bereich 80 bis 90. Irgendwie so in der Drehe. Ich weiß es nicht genau. Da mache ich mir mehr Gedanken drüber. Meine finale Wertung im Prinzip könnt ihr ja in der Projektliste nachlesen. Ist halt auch nur meine Meinung. Ist das kein Fazit von irgendeinem Kritiker oder so. Ist halt auch einfach nur eine Zahl. Der Hack war trotzdem grandios. Aber es hätte halt grandioser sein können, wenn man sich ein bisschen... Ich würde nicht sagen mehr angestrengt hätte. Aber versucht hätte er das irgendwie besser umzusetzen. Aber ich weiß ja nicht inwiefern es in SM64 möglich ist. Ich könnte sowas niemals hinkriegen. Ich bräuchte so verdammt viel Zeit, um irgendwie die einfachsten Dinge wahrscheinlich hinzukriegen. Ich wäre komplett überfordert. Deswegen, ich habe größten Respekt vor Case. Was er mit diesem Hack geschaffen hat. Wundervoller Hack. Aber wie gesagt. Hat eben so seine kleinen Macken, seine kleinen nervigen Stellen. Aber er ist trotzdem ein ziemlich guter Hack. Definitiv. Hat mir Spaß gemacht. Ich freue mich auch, dass ich ihn jetzt played habe. War damals eine spontane Eingebung. Ich dachte mir so. Ja okay, der Hack kommt ja jetzt raus. Wie wäre es, wenn du ihn einfach jetzt playst? Ja komm, mach mal. Nimm mal deinen ersten Part auf. Habe ich ihn aufgenommen. Oh, das macht voll viel Spaß. Okay, den machst du definitiv weiter. Ich hätte auch sein können, dass er mir keinen Spaß macht. Und ich mir denke, spiele ich vielleicht nur privat oder gar nicht. Aber hat mir voll viel Spaß gemacht. Deswegen habe ich ihn auch weiter gemacht. Und auch dann am Ende die Parts veröffentlicht logischerweise. Ähm. Ja. Wie gesagt. Schon mal erwähnt. Ab morgen geht es dann mit NSMBW weiter auf dem Kanal. Das kommt dann alle zwei. Also was heißt alle zwei Tage. Es kommt an jedem Tag zweimal. Ja, das wollte ich sagen. Also einmal. Also ihr wisst, was ich meine. Zweimal an einem Tag. Das heißt. In fünf Tagen zehn Parts. Und so. Genau. Gut. Das hat wirklich viel Spaß gemacht der Hack. Wie gesagt. Es gibt ein paar nervige Stellen. Aber größtenteils wirklich cooler Hack. Auch die Musik hier ist gerade so super. Dieses. Dieses. Credit C. Und OOT ist einfach allgemein großartig. Man müsste jetzt halt die Szene aus OOT sehen. Um mal zu verstehen. Wieso jetzt gerade der Soundtrack hier zum Beispiel spielt. Aber. Egal. Großartiger Hack. Wie gesagt. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe größten Aspekt vor Case. Oder sowas geschaffen hat. Bis dann. Und tschau. Euer V-Bro. Tschüss. Tschüss. Will. Tschüss. Vielen Dank.